mechanische uhrwerke brauchen pflege das bestreitet niemand aber wie oft wann wie teuer darf das ganze werden und wie lange warte ich darauf in diesem video sage ich dir meine meinung zu diesen themen hallo und willkommen zu watch max's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du heute eingeklickt hast hersteller empfehlen im schnitt ihre mechanischen uhren alle fünf jahre zum service zu geben einige haben etwas längere intervalle einige etwas kürzere intervalle das hängt vom werk ab und vom hersteller die kosten für ein einfaches dreizeiger werk bewegen sich von ungefähr 200 euro teilweise bis in den oberen dreistelligen vielleicht sogar vierstelligen bereich und man kann immer wieder unter sammlern und uhrenfreunden hören dass man gefühlt ewig auf die uhr wartet wenn man sie einmal abgegeben hat was ist da dran was stimmt was stimmt nicht wie sehe ich das ganze das erkläre ich dir in diesem video wenn ich solche themen interessieren die nicht unmittelbar das mit einer uhr zu tun haben da schreibt gerne in die kommentare mach auch gerne vorschläge was du sehen möchtest und wenn du dann das thema nicht verpassen möchtest lass gerne ein abo da aktiviere die glocke und du wirst über dein thema dann direkt informiert wenn ich es umgesetzt habe was ist dran an dem uhren mythos dass uhren alle fünf jahre zur revision müssen zum einen habe ich volles verständnis dafür dass die hersteller das vorschlagen denn immerhin stehen sie mit ihrem guten namen hinter der funktionsfähigkeit der uhr und je besser eine uhr gewartet ist umso weniger probleme macht sie im alltag insofern ist es auch zu einem gewissen gerade selbst schutz der hersteller zu sagen dass die uhren regelmäßig in bestimmten intervallen zum service müssen hinzu kommt dass diese intervalle mit großer wahrscheinlichkeit für uhren gelten die jeden tag und regelmäßig getragen werden was bei uhren die bestandteil einer größeren sammlung sind in aller regel nicht der fall ist was die intervalle in meinen augen automatisch verlängert persönlich halte ich grundsätzlich überhaupt nichts von festen intervallen denn eine uhr die ist nicht wie ein auto sicherheitsrelevant bei einem auto bringe ich das nicht erst dann in die werkstatt wenn die bremsen nicht mehr funktionieren das ist gefährlich wenn eine uhr stehen bleibt und nicht mehr funktioniert passiert gar nichts außer dass ich mich ärgere insofern beobachte ich die uhr die gangreserve die ganggenauigkeit und wenn sich dort etwas verändert dann gebe ich die uhren in die revision in den service und lasse danach schauen das kann zwei jahre sein das kann aber auch sieben oder zehn jahre sein das ist von uhr zu uhr unterschiedlich bezüglich der planung des service gibt es nur eine einzige ausnahme und das sind werke wo die ersatzteile langsam rar werden wie zum beispiel das lehmania 5100 diese werke würde ich tatsächlich regelmäßig auch ohne veränderung des ganges zum service geben schlicht und ergreifend um zu vermeiden dass teile verschleißen und kaputt gehen die später nicht ersetzt werden können weil es sie nicht mehr gibt was ich allerdings mache ist bei uhren die bei mir mit einem strandurlaub gehen oder wenn es länger ins wasser geht uhre die ich zum schwimmen anziehe die lasse ich jährlich auf wasserdichtigkeit prüfen denn einen wasserschaden möchte ich nicht provozieren durch unachtsamkeit meinerseits das heißt die wasserdichtigkeitsprüfung mache herrlich alles andere wenn es ansteht und bei bedarf es gibt immer noch und immer wieder die äußerung ich habe die uhr mal durchsehen lassen das heißt die uhr wird aufgemacht der uhrmacher schaut rein sieht sie gut aus ölt vielleicht die ein oder andere stelle nach habe ich noch nie gemacht werde ich auch nicht machen entweder eine uhr läuft das ist in ordnung oder aber da der gang verändert sich und dann gebe ich sie wirklich zur revision und lass sie machen und das den fehler beheben einfach nur so durchsehen lassen im sinne von waschen legen föhnen das ist nicht mein ding das habe ich noch nie gemacht und ich habe es auch bisher bei keiner uhr vermisst das ist so meine persönliche sichtweise zum thema was wann wie oft wie viel wie viel darf es kosten ich habe schon uhren revidieren lassen zugegebenermaßen ist das ein paar jahre her für unter 150 euro pro uhr das war eine befreundete uhrmacherin es war ein wahnsinnspreis ich höre immer wieder dass das heute noch möglich ist ich persönlich kenne keinen uhrmacher der es heute noch zu diesem preis macht ich halte eine revisionspreis bei einem freien uhrmacher für eine drei zeige uhr mit standardwerk zwischen 150 175 und 250 euro für angemessen wenn es dann komplizierter wird ein chronograph wenn irgendwelche weiteren komplikationen dazu kommen dann darf die revision auch teurer werden und sie darf dann auch in den in den bereich drei vier fünfhundert euro gehen das ist für mich vollkommen in ordnung denn es finden manuelle arbeiten statt die arbeitszeit muss bezahlt werden die materialien müssen bezahlt werden und auf die geleistete arbeit muss der uhrmacher auch eine gewisse gewährleistung geben auch das muss in den preis einkalkuliert werden ist für mich also alles in ordnung wenn ich davon lese dass eine revision über 1000 euro kostet sind es in aller regel manufaktur uhr werke dann auch nur von dem hersteller gewartet werden können da kann ich nicht beurteilen ob der preis die arbeit wirklich wert ist es ist aber eine monopol situation ich bin dem hersteller dann in anführungszeichen ausgeliefert das weiß ich aber wenn ich mir eine solche uhr kaufe und lasse mich auch bewusst darauf ein das ist einer der gründe weswegen ich nicht der ganz große fan von manufaktur kalibern bin andere stehen darauf und finden es absolut grandios ein werk zu haben was es sonst nirgendwo gibt ich kann beide seiten verstehen ich bin da auf der etwas pragmatischeren seite und habe es gerne ein uhrwerk zu haben was erstens im unterhalt nicht so teuer ist und zweitens auch nicht nur vom hersteller selber gewartet werden kann also preismäßig ist so mein mein daumen kalkül 200 euro für eine standard drei zeiger revision wenn nichts elementares kaputt ist und keine außergewöhnlichen arbeiten anstehen was mich persönlich und das ist echt etwas was mich richtig fuchst das ist die sache dass man so ewig lange darauf warten muss bis die uhr aus der revision zurückkommt eine uhr die ich für 200 euro warten lasse da gehe ich ganz fest davon aus dass kein uhrmacher wochen lang an der uhr arbeitet das ist durch 200 euro nicht gedeckt wenn der uhrmacher 34 vielleicht fünf stunden an der uhr arbeitet und dann noch drei vier fünf tage eine gangkontrolle stattfindet und danach noch mal ein nachjustieren dann muss der komplette prozess eigentlich in sagen wir mal rund zehn tagen abzuschließen sein das heißt vom beginnenden der revision bis zum abschluss sollten nach meiner einschätzung nicht mehr als zehn tage vergehen wenn ich jetzt aber acht zwölf wochen oder noch länger einige monate lang auf die uhr warte bedeutet das nichts anderes als dass die uhr bei dem uhrmacher bei dem hersteller in der werkstatt irgendwo hoffentlich gut verpackt in einer schublade oder im schrank liegt und gerade mal gar nichts mit der uhr gemacht wird und das ärgert mich maßlos für mich besteht der wert einer uhr nicht nur aus der tragezeit am arm sondern auch darin dass ich sie morgens sehe und entscheiden kann trage ich diese uhr oder trage ich eine andere uhr was ist für mich die uhr die heute zum tag passt und manchmal schaue ich meine uhr noch einfach nur an erfreue mich daran dass ich sie habe und dass sie gut aussehen und alles das geht verloren wenn die uhr wochen oder monate lang irgendwo in einem schrank liegt warum kann ich nicht einen termin machen und dann sagen zu dem und dem termin gebe ich die uhr ab und 14 tage später bekomme ich sie wieder und in der zwischenzeit bleibt sie bestandteil meiner sammlung und bleibt sie auch bestandteil dessen was ich mir angucken kann wenn ich lust dazu habe ich würde mir wirklich sehr wünschen dass das so funktioniert und nicht die uhr monatelang irgendwo liegt wo ich keinen einfluss darauf habe und einfach nur passiv warten muss bis sie mir hoffentlich irgendwann gewartet und serviciert wieder zur verfügung gestellt wird ja das ist meine sicht darauf es ärgert mich wirklich extrem dass diese uhren so lange von mir weg sind ich habe das video aber nicht nur deshalb gedreht sondern wollte einfach einmal eine das gesamtpaket meiner meinung zum thema revision und uhrenwartung geben ich finde den preis okay ich finde es okay dass die hersteller intervalle vorgeben auch wenn ich sie ignoriere ich lasse meine uhren warten wenn ich meine es etwas nicht in ordnung und ich lasse regelmäßig die wasserdichtigkeit prüfen denn hier ist mir das risiko zu groß dass wirklich ein elementarer schaden auftritt schreibt mir doch gerne in die kommentare wie ihr das seht wie ihr das handhabt ob ihr euch an die intervalle haltet ob ihr es vielleicht sogar selber macht und wie das ganze handhabt würde mich freuen davon zu hören ja in diesem sinne tschüss euer axel